Mich hat eine wunderbare Frage zu den Grundlagen der Elektrotechnik und zur komplexen Wechselstromrechnung per E-Mail erreicht von einem Studenten. Und genau diese Frage möchte ich versuchen, sehr fundiert in diesem Video hier zu beantworten. Und schauen wir mal kurz darauf. Also die Frage bezieht sich auf Leistung, komplexe Leistung in einem Wechselstromkreis. Wir haben eine Parallelschaltung von einer Spule und einem Widerstand. Es sind auch entsprechende Werte gegeben und eine umgesetzte Leistung. Und man soll jetzt die Spannung über dieser Schaltung oder eben den Spannungsabfall berechnen. So und das, was der Student jetzt probiert hat, ist, das alles zu einer Gesamtimpedanz zusammenzufassen, was mit Sicherheit ein smarter Ansatz ist. Und dann eben diese Gleichung hier zu verwenden. P ist U² durch Realteil von Z und da kommt ein falsches Ergebnis raus. Und ich kann euch vielleicht sagen, warum ist die falsche Gleichung. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Dann hat die Person das mit einer Parallelschaltung. Also weil es ja eine Parallelschaltung ist, mit der Admittanz probiert und dann kam auf einmal das richtige Ergebnis raus. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen suspekt, würde ich mir, deswegen sage ich, das ist eine sehr gute Frage, vielleicht auch so ein bisschen Gedanken darüber machen. Hey, warum? Ist ja eigentlich egal, ob ich das jetzt mit Impedanz oder Admittanz rechne. Warum funktioniert das mit der Admittanz? Warum funktioniert das mit der Impedanz nicht? Ist das Glück? Ist das Zufall? Naja, das ist schon falsch. Wenn man die Formel mit der Admittanz aufschreibt, ist sie trotzdem richtig. Naja gut, und warum ist das so? Und warum kann man das nicht eben, warum muss man das nicht über die Impedanz, sondern warum muss man das über die Admittanz machen? Geht das nicht auch über die Impedanz? Und ich habe das Gefühl und das Gefühl beschleicht mich an der Stelle auch, dass mir hier eine grundlegende Information fehlt. Können Sie mir bitte helfen? Natürlich kann ich das machen. So, ich mache das hier mal klein und mache mal mein Kamerafensterchen auch ein bisschen kleiner. Und ja, also versuche mal so ein bisschen hier hinzuschreiben, was wir jetzt hier eigentlich Schönes machen. Und zwar, also das, was wir ausrechnen wollen und worum es jetzt geht, ist komplexe Leistung. Komplexe Leistung S, komplexe Scheinleistung, komplex kriegt einen Strich drunter, ergibt sich immer. Und das kann man sozusagen so als Gott gegeben hinnehmen aus U mal I. Und das I muss konjunkt komplex sein, gibt es ein anderes Video, wo ich erkläre, kann ich ja mal verlinken, warum das so ist. So, das wäre so allgemein. Also ich kann aus Spannung und Stromzeiger, Stromzeigerkonjunkt komplex eine komplexe Leistung ausrechnen, eine komplexe Scheinleistung. Und wenn ich dann die Wirkleistung haben will, dann muss ich den Realteil nehmen von dieser komplexen Scheinleistung. Und wenn ich die Blindleistung haben will, dann muss ich den Imaginarteil nehmen von dieser komplexen Scheinleistung. So, das sollen hier so geschweifte Klammern sein, die kommen hier irgendwie nicht so richtig gut rüber. So, und jetzt können wir probieren, so eine Impedanz oder eben eine Admittanz ins Spiel zu bringen. Und an einer Impedanz gilt das Ohmsche Gesetz U ist Z mal I. Ja, und das sind alles komplexe Größen, kriegen auch einen Strich drunter. Die hier sind nicht komplex, die kriegen keinen Strich drunter. So, und jetzt kann ich natürlich das U nehmen und kann das hier einsetzen. Und dann kriege ich für das S raus an der Stelle S ist, so, und setze ich das ein, U, dann steht da Z mal I, mal I konjugiert komplex und immer I mal I konjugiert komplex. Also eine komplexe Zahl mal das konjugiert komplexe von der Zahl. Das ist ja sozusagen hier mit positiven Exponenten, hier wird der Exponent umgekehrt, heben sich beiden Exponenten gegenseitig auf. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Wenn der Exponent einmal positiv ist, einmal negativ, addiert sich das zu Null. Also kommt I mal I konjugiert komplex ergibt einfach I Betrag, kein Strich drunter, zum Quadrat mal Z. So, und jetzt könnte ich das auch genauso, mache ich erst mal andersrum machen und sagen, einen Strom, den kriege ich ja auch raus, I ist Y, so wie der Student jetzt gesagt hat, nur das ist die Impedanz, Y ist die Admittanz. Kann ich das andersrum aufschreiben, I ist Y mal U und setze auch das I dann hier ein, irgendwie langer Strich, so, setze das da ein und da brauche ich ja eigentlich das I konjugiert komplex. Und jetzt kann man sich so überlegen, naja, wenn ich das I konjugiert komplex brauche, dann muss ich ja das hier drüben sozusagen auch konjugiert komplex machen und ja, ob ich sozusagen erst das Produkt ausrechne von zwei komplexen Zahlen und dann den Phasenwinkel negiere oder ich mache das sozusagen für jeden, für jeden Faktor einzeln ist egal. Ja, also diese Reihenfolge kann man umtauschen. Das ist auch was Fundamentales, was jetzt nichts mit der Elektrotechnik zu tun hat, sondern einfach mit Arithmetik, mit Rechnen, mit komplexen Zahlen. So, also setze ich das da ein und dann kommt wieder so was raus. Das ist U mal Y konjugiert komplex mal U konjugiert komplex und U mal U konjugiert komplex ergibt wieder U-Betrag zum Quadrat. Also kann ich auch ausrechnen, S ist U-Betrag ohne Strich drunter zum Quadrat mal Y, aber jetzt das Y konjugiert komplex. So, und wenn mich jetzt wieder interessiert, na wie groß ist denn jetzt die Wirkleistung und die Blindleistung, dann kann ich natürlich dieses Realteil von S auch direkt auf diese Formel hier anwenden und dann kann ich mir überlegen, naja gut, also P ist jetzt der Realteil von dem, was da oben steht. Das hier vorne ist ja rein real, das heißt, das kann ich einfach vor den Realteil ziehen. Dann steht da, das ist I Quadrat mal der Realteil von Z. Und für Q kann ich das genauso machen und kann sagen, Q ist I Quadrat mal Imaginärteil von Z. So, also so würde das funktionieren mit der Impedanz, aber für den Strom. Und das, was der Student jetzt probiert hat, war Spannung zum Quadrat durch Realteil der Impedanz und das funktionierte nicht, aber er hat es mit der Admittanz probiert und dann funktionierte das und das können wir natürlich auch ausprobieren. Ja, also wenn ich jetzt auf die Formel hier oben einfach Realteil anwende, dann kommt hier raus, P ist U Quadrat, ist wieder rein real, kann ich vor den Realteil ziehen, U Quadrat mal der Realteil von Y. Ja, und das ist die Gleichung, die funktionierte und eigentlich der Realteil von Y-Konjöl-Komplex. Jetzt kann man sich überlegen, das Konjöl-Komplex macht ja nur was mit dem Imaginärteil. Also, ob ich jetzt Y-Konjöl-Komplex schreibe, macht keinen Unterschied. Ich schreibe da nur Y hin, natürlich Komplex an der Stelle und das Q ist dann eben U Quadrat mal der Imaginärteil von Y-Konjöl-Komplex. Und auch hier kann ich das Konjöl-Komplex praktisch weglassen, wenn ich möchte und kann da einfach ein Minus davor schreiben vor diese Gleichung. Also das Minus macht dann das Gleiche wie das Konjöl-Komplex. So, und diese Gleichung, die würden jetzt auf jeden Fall funktionieren und würden dieses Problem lösen. So, und das, was der Schnell jetzt vielleicht probiert hat, ist zu sagen, na gut, ich könnte ja das hier auch andersrum hinschreiben. Ich könnte ja auch sagen, I ist U durch Z und mit genau der gleichen Begründung, also wir brauchen nicht das I, wir brauchen das I-Konjöl-Komplex. Jetzt müsste ich diesen ganzen Bruch nehmen und Konjöl-Komplex rechnen und ob ich sozusagen erst die Division ausrechne und dann den Phasenwinkel negiere oder ich negiere erst den Phasenwinkel und rechne dann die Division aus, macht keinen Unterschied. Also ich kann das auch so machen und könnte das, den langen Fall spare ich mir jetzt da vorne einsetzen. Und dann kommt eben aus der Gleichung raus, S ist U Quadrat durch Z Konjöl-Komplex. So, das ist auch richtig. Und wenn man jetzt mal einfach konsequent weitermacht und nicht wichtige elementare Zwischenschritte überspringt in seiner Lösung und das mal einfach stur anwendet, was hier steht. Also davon muss ich jetzt den Real teilnehmen, um auf die Wirkleistung zu kommen. Dann steht da P ist, so, das U ist ja wieder Betragsquadrat, das ist rein real, das kann ich davor ziehen und dann steht da eben P mal der Realteil von 1 durch Z Konjöl-Komplex und hier muss noch ein Strich drunter und hier muss noch ein Strich drunter und hier muss ich versuchen, geschweifte Klammern hinzubauen. Und dann ist das auf jeden Fall richtig. Und das ist aber nicht das Gleiche und das ist sozusagen der Fehler. Ja, das ist der, das Dilemma hier in dem Lösungsweg. Also das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich rechne U Quadrat durch den Realteil von Z. Ja, also hier die Reihenfolge kann ich nicht vertauschen. Ich kann nicht sagen, ich nehme 1 durch die komplexe Zahl und dann den Realteil. Das ist nicht das Gleiche, wie ich rechne 1 durch den Realteil von der komplexen Zahl. Jetzt egal, ob die hier Konjöl-Komplex ist oder nicht. Das funktioniert so nicht. So, und wie kann man das jetzt irgendwie wieder so ein bisschen auflösen? Naja, also ich kann eben sagen, also 1 durch, wenn ich mal irgendwie gucke, also was ist ein 1 durch Z-Konjöl-Komplex? Wie kriege ich das wieder irgendwie so hin, dass ich da vielleicht direkt ein Realteil habe, ohne erstmal so eine Division zu machen? Ja, ich könnte das ja erweitern einfach mit Z. Ja, also ich nehme das, erweitere das mit Z. Das muss alles ein Strich drunter bekommen, weil es komplex ist. So, und dann wird aus Z-Konjöl-Komplex mal Z wird Z-Betrag. Zum Quadrat, das ist jetzt nicht komplex. Und hier oben steht eben immer noch Z. So, und also das heißt, das hier ist falsch. Das funktioniert nicht. Hat ja Stellen auch herausgefunden hier. Also P U Quadrat durch Realteil Z, kommen wir auf ein falsches Ergebnis. Ja, weil die Form ist auch falsch. Also ich muss 1 durch Z-Konjöl-Komplex rechnen, dann den Realteil rechnen. Oder ich könnte eben auch sagen, das ist das gleiche wie U Quadrat, aber dann ist die Formel nicht mehr so schön, mal der Realteil von Z durch Z Quadrat. Und dann würde auch wieder das Richtige rauskommen. Ja, und das kann man jetzt noch, wenn man möchte, einfach mal mit ein paar Zahlenwerten in Octave durchtippen. Dann stellt man fest, das passt eben nicht. Das passt, wenn ich das so eintippe, passt das wieder. Das spare ich mir jetzt mit dem Video. Das kann jeder für sich mal selber ausprobieren. Also der Denkfehler ist hier einfach 1 durch Z-Konjöl-Komplex und davon der Realteil ist nicht das gleiche wie 1 durch den Realteil von Z-Konjöl-Komplex. Ja, ich kann das hier nochmal ganz konkret hinschreiben. Also Realteil von 1 durch Z, können wir auch ohne das Konjöl-Komplex hinschreiben, ist eben nicht das gleiche. Und das ist die grundlegende Info, die hier vielleicht fehlt an der Stelle. Also es ist eben nicht das gleiche wie 1 durch der Realteil von Z. Also manchmal kann man eben so die Reihenfolge von so einigen Rechenoperationen umdrehen. In diesem Fall hier funktioniert das leider nicht.